Joooooo, meine Katapier-Freunde und wir spielen mal wieder die Brusen und ja, ähm... Ich weiß nicht mehr, wo wir letztes vor stehen geblieben sind. Ich weiß nicht mehr, wie es hier weiter geht gerade. Ähm, Revolver haben wir nichts mehr. Hier haben wir was. Haben wir alles. Wie viel haben wir hier von 18? Gut, dann nehmen wir aber trotzdem was bei den Revolver. Ja. Ja. Oh, geil, es ist nicht mehr Muni. Ähm... Ja, seitdem ich rausge... Pfff... Oh, nö. Wie kann ich mich eigentlich hier duken? Also seitdem ich rausgefunden habe, wie man seinen Controller an der PC anschließt... Ähm... Und seitdem spiele ich eigentlich alle Story-Spiele mit, ähm... Mit Controller. Das ist außer halt so Sachen wie CSGO und so, das kannst du natürlich nicht online... Äh, online nicht mit Controller gegen andere spielen, ne, aber... Ach so, die brauche ich ja gar nicht. Ähm... Und das man auch... Mit, ähm... Dingens hier... Mit dem Motionjoy, ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen, kann man ja... Die Dingens, ja... Mit Playstation Controller am PC anschließen. Ganz easy peasy. Und das ist total geil. Okay, was zur Hölle ist das? Ich denke mal, ich muss hier drunter. Sonst kriege ich auf die Fresse. Was passiert hier? Oh! Oh! Hätte ich das mal nicht ausgemacht, ne? Munition alle. Nein. Nein, 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 nein. Okay, äh... Ah, da war hier. Ich muss aufhören, so viel Munition zu verschwenden. Habe ich noch Medipacks und so? Ja, Spritzen habe ich noch, Granaten habe ich, ja gut. Ähm... Ah, ich kann damit auch schnell Zugriff festlegen. Okay, das ist nice. Sooo... Hier könnte ich doch theoretisch... X ist das hier, ne? Ja, genau. Wir halten aber erstmal die, so. Ey, das dahinter sieht echt nicht lecker aus, ne? Muss ich ja mal so sagen. Das hier ist... Oh cool, Munition für meinen Revolver. Ach nee, kann ich einfach so. Na da ist, duken. Ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung klarkommen, aber sonst geht das eigentlich. Und dass man halt statt X-Kreis-Vieereck und so halt die ganzen Tasten A, B, X, Y nennt, ne? Okay. Ähm, hallo? Ähm, kein Verzimmer, blablabla, blablabla, blablabla von meinem Vorsitzenden übergeben. Man würde hier nicht übersteigen. Ist ja mal tatsächlich eine Liste der Verlustungsversionen abgenommen. Okay, blablabla. Seit wann ist das so ein übelst perverser Sound? Äh, das ist mir neu. Aber okay. Die Lampe brauche ich hier nicht. Ist hier irgendwas Neues? Nö, nö, nö. Oh, hast du mir wieder was zu erzählen? Hallo. Huch. Haben Sie etwas vergessen? Ja, ich hab dich vergessen. Ähm. Überschreiben. Ich hab dich schon gespikert. Habe ich Schlüssel? Kann ich das irgendwo sehen? Ähm. Okay, ich sehe hier nicht, ob ich Schlüssel habe. Gehen wir doch einfach mal. Wir haben null Schlüssel. Gut, das war ja auch irgendwie klar. Oh, hi, na. So, ähm. Kann man... Die Grafik vielleicht... Wie viel Glibber haben wir dann 7.850? Ja, könnte für was reichen. Weiß ich gar nicht. Okay, ähm. Nö, nö. Hier haben wir da. Kaliber 45er Munition. Erhört die Menge der 55er zusätzlich mitgeführt werden kann. 15. Die Munition bringt mir ja nicht relativ wenig. Schockbolzen ist länger. Kältebolzen ist länger. Äh, nee. Die Wirkungsradius. Das hört sich doch gut an. So, und dann gehen wir mal wieder zurück in die Real World und so. In der Sick Shit Bitch. So. Hier. Motherfuckers. Gut, ähm. Hier ist Schleim. Hier ist noch mehr Schleim. Hätten wir vielleicht vorher mitnehmen können. So. Du, Haslone, Alter. Kann ich dich nicht jetzt verbrennen? Oh, jetzt glaube ich nicht mehr. Gut. Kann man nicht hier irgendwas einstellen? Nein, kann man natürlich nicht. Komm ich dann hier irgendwie rein? Kann ich das irgendwie... Da komme ich ja wahrscheinlich nicht durch. Das sieht ziemlich... Ach ja. Ich könnte ja jetzt doch theoretisch... Hör auf zur Schießenden. Sniper Muni. Kann ich nachladen? Ja. So. Wann haben wir... Was haben wir denn hier, ihr Muschis? Okay. Wo kommen die Tentakel her? Ich muss mal ganz ehrlich sagen. Ups. Nein. Nein. Wir gehen Situationen. Auf Sound. Und machen das mal so ein bisschen lauter. Denn dann erschrecken wir uns mal ein bisschen mehr. So. Hier haben wir Streichhälzer. Das ist ein Qualenbolzen hier, oder? Ja. Okay. Und was ist das? Das ist Schleim. Obwohl das Zeug hier ziemlich eklig aussieht. So. Gut. Das ist schon so ein Gang. Der ist Jumpscare vor... Programmiert. Ohne Witz. Eigentlich habe ich das gesagt. Oh nein, 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 nein. Nein. Hallo? Oh, 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 oh. Kann ich... Den kann ich doch eigentlich... X ist... Ne, X ist das hier. Nein, ja. Also, irgendwie finde ich das jetzt unfair. Oh mein Gott, nein. So. Jetzt habe ich wieder keine Munition. Das ist natürlich wieder super intelligent, Marcel. Matze. Ah ja, durch den Stream habe ich... ...einen neuen Spitznamen bekommen, der sich... ...Matzel nennt. Hehehe. Ah, nehmen wir das doch. Nehmen wir noch ne Spritzerino lieber. So. Was haben wir denn hier so? Also hier rechts... Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah, okay, das kann man anzünden. Cool. Dann kriegen wir auf jeden Fall den Schlüssel da hinten. Ich glaube, in die Richtung war das. Hier war irgendwo... Ich habe falsche Tasse gedrückt. Ey, Kack, Steuerung, ey. Jetzt haben wir nämlich hier noch einen Schlüssel. High Voltage. Ja, ja, blablabla. Das war klar, dass der aufsteht, ey. Okay, kann man nicht mehr brennen. Da ist nix. Oh, Mann. Hast du was fallen lassen? Natürlich nicht. Ich kann auch auf X... Achso, dann muss ich... ...da wechseln. Habe ja auch nur noch zwei Schuss. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich Swag over 9000. So. Da ist Strom. Da ist Munition. Das ist... Ne, das sind diese... ...Granaten. Achso. Hier drin... Oh, nice. So. Hier haben wir nochmal Streichhäuser. Raus. Ein... Was ist Verteilerkastensicherung? Eine Hochspannensicherung aus einem Verteilerkasten. So funktioniert noch und kann erneut verwendet werden. Ah, ich kann das Ding also wieder anschalten. Okay. Hier ist was cooles. Hier ist was cooles. Und ich schätze mal, ich muss das hier abdrehen, oder? Klopf, 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 drück, drück, drück. So. Sieht sich aus. Welche Granaten kann ich ja nicht mitnehmen. No, ist das eklig, ey. Kanalisation und... ...Ruvics komischen Psycho-Schwiechen. Oh, da steckt was drin. Das ist schon gut eklig. Ja, komm. Was erwartet uns denn oben? Hallo? Oh. Ähm. Surprise. Das ist mal surprise, motherfucker, man. Öffnen wir. Achso. Wir haben jetzt keine Granate verschleunen oder so. Das... Der Schein drückt. Das kann gar nicht sein. Nehmen wir noch... Aber das kommt gleich... Es kommt auf jeden Fall ein Bossfight gleich. Sonst würde hier nicht so viel Munition rumliegen wie letztes Mal. Äh. Ja, bei dem letzten Mal war es ja auch so. Dass so viel Munition rum... Immer rumliegt, wenn wir einen größeren Gegner bekommen haben. Alter, das Ding hat sich gut gegönnt hier. Was haben wir denn hier? Noch so... Kann ich das nicht kaputt machen? Nein, gut. Dann nicht. Aber da haben wir noch Streichers. Da haben wir zu viele jetzt mittlerweile schon. Hallo? Na ja, wir können ja verbrennen und wieder hochgehen. Äh, genau. Dann nehmen wir doch nochmal einen Streichers mit. Zwei, eins. Einen halben. Ach nee. Muss ich mich da echt durchquetschen? Ach, war da... Wurde da nicht eben die Ratte zerdrückt? Okay, nein. Gut. Bleh. So ein Kontrollpunkt kommt ja... Immer sehr gut. Okay. Ähm... Oh, 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 oh. Äh... Auch nehmen wir das einfach. Das war schlecht. Das kommt man mal machen. Und... Das auch. Und... Oh, fuck, jetzt muss ich nach landen. Obwohl, oder du kommst einfach her. Ich verbrenne ihn und du verbrennst auch. Ja, machen wir das so. Was? Wieso geht das nicht mehr? Was ist mit Controller finde ich schon sogar noch fast einfacher zu zielen als mit den, ähm... Mit den Swaggedy... Mit der Swaggedy Maus und so. Okay. Ah, 15 Minuten haben wir schon. Ich glaube, heute machen wir mal ein bisschen länger, weil wir lange kein Evil Within mehr gebracht haben. Das Ding geht hier nicht kaputt zu machen. Ähm... Oh, wo sind die Viecher eigentlich nicht, äh? Hast du gerade noch mal gegriffen? Oder bist du noch umgekippt? Ich glaube, du bist noch eben umgekippt. Oh, was haben wir hier? Sieht das Sniper-Muni aus? Nee, Shotgun. Nice. Ähm... Das stimmt, hier kann man ja das Ding ausnehmen. Genau. Ah, okay, je nachdem verändert sich dann... O, 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 O? Hallöchen, na? Oh, Shit. Ok, nein, 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 nein. Wir entscheiden uns für die Shotgun und rennen, aber du kriegst auf die Fresse. Du kriegst auf die Fresse. ok was danke für die munition jetzt nicht verarschen hast du noch was fallen lassen natürlich nicht werde das auch gedacht wollte ich sollte ich nicht das ding vielleicht erst mal wasser ablassen der leck mich am arsch dein ernst kannst du nein 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 lade nach wenn du keine munition mehr aufnehmen kannst um die maximal mitführbare munitionsmenge aufzunehmen ja gut da wir jetzt hier gestorben sind und wir schon 20 minuten haben ich hoffe es hat mich gefreut dass es mal wieder die evil in den nennen gebracht habe wird es auf jeden fall wieder mehr kommen weil ich das für endlich durchspielen will und ich sage so lange erstmal bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt schlechte unterhaltung kartoffeln daumen hoch kommentieren fragen was auch immer ihr wollt bis zum nächsten mal ein